Was bringt mir die neue Makoplastie-Operationstechnik, wenn ich Hüftpatient bin? Grundsätzlich bietet die neue computergestützte Makoplastie-Technik vor allem bei stark deformierten Knie- oder Hüftgelenken für die betroffenen Patienten besondere Vorteile gegenüber herkömmlichen Gelenkersatz-Operationen. Hat sich durch einen langen Krankheitsverlauf die Anatomie so deutlich verändert, dass man kaum noch von einer normalen Gelenksituation sprechen kann, kann man mithilfe der Makoplastie einen Idealzustand herstellen, wie er bis heute mit keiner anderen Operationstechnik möglich ist. Ein hervorragend geeigneter Patient für die computergestützte Technik ist zum Beispiel dieser 59-jährige Mann, der schon seit über 30 Jahren unter einer angeborenen Fehlstellung im rechten Hüftgelenk leidet. Nach jahrzehntelanger Behandlung mit Spritzen und Schmerzmitteln führt nun kein Weg mehr an einem künstlichen Gelenk vorbei. In den USA wird die Makoplastie bereits erfolgreich an zahlreichen großen Kliniken angeboten. In Deutschland war Professor Hendrich vor kurzem der Erste, der diese zukunftsweisende Technik an seiner Klinik einführte. Und das Besondere an der Makoplastie ist nun, dass ich heute schon weiß, wie morgen mein Röntgenbild aussehen wird. Perfekt. Was ist das Neue an der Makoplastie? Bevor der erste Schnitt im OP erfolgt, kann die Operation bereits am Vortag im Detail geplant und am Folgetag genauso umgesetzt werden. Aus den CT-Bildern des Patienten wird ein räumliches Bild, in diesem Fall der erkrankten rechten Hüfte, erstellt. Mithilfe dieses grafischen Modells können Professor Hendrich und sein Mitarbeiter schon bei der Planung die gewünschten Achsen und die Beinlänge millimetergenau festlegen. Die Erfahrung aus den USA kann Professor Hendrich bei den bisher in Werneck operierten Knie- und Hüftgelenkspatienten bestätigen. Der Knochenverlust durch Sägen und Fräsen ist nur etwa halb so groß wie bei einer herkömmlichen Gelenk-OP und die Reha-Zeit ist deutlich kürzer. Der Tag der computergestützten Hüftgelenks-OP verläuft so, dass zunächst mit Infrarotantennen die genaue Lage der Hüftknochen des Patienten bestimmt wird. Diese Daten werden mit den Planungsdaten vom Vortag abgeglichen. Dieses optische Navigationssystem verarbeitet die Signale aus den Infrarotantennen. Als nächstes werden mit einer computergestützten Präzisionssäge Hüftkopf und Hals des erkrankten Gelenks millimetergenau herausgetrennt. Zeit für den Einsatz der Präzisionsfräse. Auch sie wird mithilfe eines Computers gesteuert. Mit grösster Genauigkeit modelliert Professor Hendrich eine neue Hüftpfanne in den Beckenknochen. Im nächsten Schritt wird die neue Hüftpfanne aus einer speziellen Metalllegierung eingesetzt. Dieses geschieht mithilfe eines Applikators. Die neue Hüftpfanne ist eingesetzt. Jetzt folgt die exakte Positionierung des neuen Hüftschafts. Er besteht aus Titan und Aluminium. Nun kann der Operateur den neuen Keramik-Hüftkopf einsetzen. Zum Schluss wird der neue Hüftkopf in der neuen Pfanne versenkt. Damit hat der Patient ein neues Hüftgelenk. Die Kosten für diese Hightech-Operation bezahlen übrigens alle Krankenkassen. Bereits einen Tag nach der Operation kann der Patient sein rechtes Bein ohne fremde Hilfe und vor allem ohne Schmerzen so hoch heben wie seit vielen Jahren nicht mehr. Wir sind schon zehn Jahre her, wo das nicht mehr so ging. Prima. Ich denke, das Ergebnis, was wir jetzt gesehen haben, spricht bereits einen Tag nach der Operation für sich. Ich denke, das Ergebnis, was wir jetzt gesehen haben. Ich denke, das Ergebnis, was wir jetzt gesehen haben.